Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Advance Wars Dark Conflict. Wir stehen hier, ja, wir sind auf der Hälfte unseres Weges angekommen und wahrscheinlich den großen Finalangriff auf die gute, ähm, die gute Freundin, ähm, die gute Freundin Larissa. Weil, das wird wohl der letzte Kampf sein, ich hoffe es mal. Ich denke mal, entweder diesen oder nächsten Part werden wir das hoffentlich schaffen. Das Problem ist nur, ihr seht schon, was sich hier alles wieder auffährt, ist ziemlich heftig hier. Das ist ziemlich heftig, muss ich gestehen. Okay, aber sie zieht sich weiter zurück. Mehr oder weniger. Beziehungsweise, sie greift ja gar nicht an. Warum auch immer. So, dann würde ich erstmal sagen, dürfen mal ein paar von den Freunden hier zerstört werden. Werden mal ein paar von denen zerstört. Ja, hier würde ich mich noch nicht so wirklich nähern. Ich würde sagen, der würde da hinkommen. Würde ich sagen, gehe ich jetzt nur eins nach vorne. Du kannst ja gleich hier nochmal runtergehen und da einnehmen. Ist immerhin gut, dass wir so ein bisschen hier einnehmen können. Aber wie gesagt, ich will ja nicht das ganz große Risiko hier gehen, weil wir haben hier schon zu viel erlebt, tatsächlich hier in dieser Schlacht. Was ziemlich übel war tatsächlich, was richtig übel war. Und deswegen möchte ich hier keine so großen Risiken nochmal wieder eingehen. Aber ihr merkt ja schon, dass dieses Kapitel ziemlich übel ist. Das ist recht ziemlich übel hier, muss ich gestehen. Ja, mal gucken, was ich mit euch mache. Hier habe ich noch keine so große Ahnung, was ich mit dem Kahl hier mache. So, ich würde sagen, wir bauen dann aber nochmal einen, äh, ja, Raketenwerfer, Raketenwerferlein. Ja, aber wie gesagt, ich muss darauf warten, dass sie denn, dass sie da was, oder halt weiter, ähm, flüchtet. Dass sie hier weiter flüchtet. Das ist das, äh, was ich da noch weiter warten muss, tatsächlich. Gut, so viel hat sie ja jetzt nicht mehr hier stehen, ach, Jäger, uh, Jäger ist natürlich krass, wenn sie jetzt ihren Jäger darauf setzt. Das ist natürlich richtig krass, das ist jetzt natürlich richtig krass, weil der könnte wirklich wehtun. Aber jetzt hat sie hier nichts mehr, den Bomber, den hat sie ein bisschen zurückgezogen. Dann kann ich ja ein bisschen näher kommen, tatsächlich. Mit meinen Bodentruppen, tatsächlich. Dann kann ich ja da schon mal ein bisschen näher kommen. Ähm, das wird sich nicht lohnen, ähm, weil das Einzige, das für meine Bodentruppen bisher hier gefährlich ist, ist halt, wie gesagt, der Bomber, der jetzt angreifen könnte. Aber ich habe ja auch noch Jäger und, äh, Luftmeisels. Ähm, dann würde ich sagen, du greifst den hier an, genau. So, der Bomber kommt noch nicht so weit, dann kann ich mich hier auch weiter hier hinstellen. Du kannst einen weiter nach vorne gehen. Mit dir, hätte ich jetzt auch gesagt, gehe ich zwei weiter, aber ich gehe nur einen weiter. Äh, ha, 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 ha. Ja, jetzt bräuchte ich da tatsächlich eine andere Einheit hier, aber geht leider so nicht. Gehte leider so nicht, ähm, ja, hier nehmen wir einen. Bomber bleiben geschützt. Hier kann ich noch weiter vorne fahren und hier bauen wir Raketenwerfer oder Luftmeisel, ich würde sagen, oder Walze. Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal nochmal eine Walze hin, genau, wir bauen da erstmal nochmal eine Walze. Wir haben jetzt auf jeden Fall gute Geldmittel, würde ich sagen. Der ist auch schon wieder repariert, das ist gut. Und den hier ziehe ich erst am besten nochmal zurück hier, weil den will ich nicht so einfach verlieren. Da passe ich schon auf. Da passe ich dann da schon auf. So, und mit euch können wir ja noch ein Stückchen nach vorne kommen, genau. Ja, also solche Luftmeisels, die sind schon so richtig Gold wert. Weil mit denen kann man richtig einschüchtern. Man merkt's ja. Sie greift immer noch nicht an. Wie viel Sprit... Ach, der hat ja schon wieder einen Bomber gebaut, ja. Das kann doch nicht sein. Wie viel Sprit hat der noch? 39. Puh, da will ich mich eigentlich gar nicht nach vorne bewegen weiter. Da will ich mich eigentlich gar nicht weiter nach vorne bewegen. Da will ich mich ja eigentlich nicht weiter nach vorne bewegen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, würde ich fast sagen. Da könnte er auch angreifen, Leidere. Er könnte da Leidere auch angreifen. Dann mache ich den Asting hier hin. Du kommst da hin. Dich müssen wir dann hier wieder mit Ration versorgen. Machen wir dann einfach bei allen tatsächlich hier. So, nächster Jäger steht schon bereit. Das ist so krass in diesem Kapitel. Das ist so krass. Boah, ist das krass hier. Wie weit kommst du? Du kommst bis dahin. Wunderbar. Dann stelle ich dich nochmal hier hin. Luftmeisels haben wir ja noch. Und dann der Raketenwerfer kommt noch nicht so weit. Bomber. Alter Schwede hier. Das ist krass, ey. Das ist richtig krass, muss ich sagen. Fünf von fünf. Fünf von fünf. Die haben alle noch Sprit und Munition und so. Ja, stelle ich dich hier noch weiter nach vorne. Boah, ist das übel hier. Ist das übel in diesem Kapitel. Das sage ich euch. Fast so übel wie in der letzten... Ach, verdammt. Das war blöd. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt nicht einmal aufgepasst. Ich dachte, der hätte ihn auch bewegt. Aber okay. Ja, ihr merkt schon noch. Das wird ziemlich, ziemlich übel werden. Das war der Ass-Typ, genau. Würde ich sagen, machen wir das. Ach, du killst den auch. Du killst den auch. Ja gut. Dann bringst du mir ja fast gar nichts. Dann gehst du auf jeden Fall auf den Hinteren. Wegen der Artillerie muss ich noch gucken. Boah, ich komme hier nicht wirklich weg hier. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht wirklich weg tatsächlich. Tatsächlich. Ich komme hier nicht wirklich weg hier. Das ist ziemlich, ziemlich übel. Und meine Gabe will ich jetzt sicher auch noch nicht einsetzen. Was ich jetzt sicher machen könnte. Aber will ich halt, wie gesagt, noch nicht. Da warte ich noch mit. Ah ja. Und ich besiege dich dann einfach mal mit dem hier. So, aber wie ich bereits sagte, meine Gabe will ich noch nicht einsetzen. Weil die da doch ein bisschen zu krass... Weil mir die vielleicht noch nicht so viel helfen wird. Ha, 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 ha. Ist das übel? Ist das übel? Ist das übel? Wobei ich tatsächlich noch einen nach vorne gehen kann, genau. Einen gehe ich noch mal nach vorne. Auch wenn ihr Luft meiselt. Äh, 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 ja, bauen kann ich gar nichts mehr. Dann, äh, ja, würde ich sagen... Ha, 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 ha. Das ist so übel, ey. Das ist so übel, dieses Kapitel. Okay, du gehst auf meinen, äh, auf meinen Flak. Okay, und den besiegst du dann auch. Gehst du jetzt in den Angriff rüber? Nö, gehst du immer noch nicht. Okay, aber wenigstens habe ich schon mal ein, zwei angelockt. Ich habe zwar einen Flak verloren, aber... Naja, ne. Dann ist das halt eben so. Boah. Dann ist das halt eben so, würde ich sagen. Machen wir das so, ähm... Den besiegst du? Naja, den besiegst du. Ähm, wobei ich glaube, besser sage, ich gehe auf die Walze. Ich gehe auf diese Walze hier, ähm... Und das mache ich dann mit der weg, genau. Das mache ich dann so weg, genau. Dann nutze ich den hier, genau, und mache den hier weg. Und komme noch ein bisschen näher. Komme doch noch etwas näher. Und noch näher. Und noch näher. Komme doch noch etwas näher. Wie gesagt... Der... Der... Der Schongang ist jetzt vorbei. Also... Jetzt ist langsam Schluss hier mit lustig. Jetzt ist dann hier Schluss mit lustig. Langsam ist hier Schluss mit lustig hier, meine Gute. Boah, was ich hier alles aufgebaut habe hier. Alter Schwede. Alter Schwede hier. Diese ganzen Bomber hier. Ach, da hat er auch nochmal einen Jäger stehen. Aber egal, ich habe ja meine Luftmeisels. Jetzt, wenn er den da besiegen will, dann, äh, ja... Mach das doch ruhig, wenn du willst. Mach das doch ruhig. Habe ich kein Problem mit. Habe ich absolut kein Problem mit. Habe ich definitiv kein Problem mit. Hier, mach das doch ruhig, wenn du lustig bist. Mach das doch ruhig. Habe ich absolut kein Problem mit. Ah, Luftmeisel. Alter Schwede. Hier, wir haben ja tatsächlich schon weit, äh, weggedrungen tatsächlich. Das muss man ja schon so sagen hier. Oh, was ist jetzt ein Kreuzer oder so, so ein... Wisst ihr noch die Flugzeugträger damals? Oh, wenn ich so einen jetzt hier auch noch hätte. Weil die hatten ja damals Fernangriff. Das wäre jetzt so schön. Aber, ja, haben wir leider hier nichts. Alles klar. Dann hau dich halt selber weg. Das ist mir auch recht. Ups, das wollte ich jetzt hier nicht. Was sagt die Zeit eigentlich? Ja, wir haben noch ein bisschen. Okay, wir haben noch ein bisschen. Arrivederci. So, du kommst mal wieder weg. Ich hau dich, lass dich erstmal wieder abhauen. Hier könnten wir noch was einnehmen gleich. Das tun wir auch vielleicht dann mal. Ja gut, wenn er den einen, für das eine Feld da nutzen will, dann bitte. Dann biete, dann biete, dann biete, dann biete. Wobei ich gucken muss. Was sagt sein Luftmeißel? Okay, ist noch, äh, ist noch in... Ist noch ein bisschen in Schlagdistanz. Ist okay. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin noch zu, ähm... Ich bin immer noch so ein bisschen im Modus hier. Ich hab noch so ein bisschen Angst tatsächlich, hab ich so das Gefühl. So ein bisschen Angst hab ich tatsächlich noch, muss ich gestehen. Weil, ähm... Ich verstehe, ich eigentlich meine Gabe einsetzen könnte. Und dann wäre wahrscheinlich schon... Dann hätte ich sie wahrscheinlich schon ziemlich arg schwächen. Aber ich, ich trau mich so ein bisschen noch nicht, muss ich gestehen, hier richtig zu kommen. Was ich natürlich auch sagen könnte, ich warte, bis sie, ähm... Äh, den, den Sprit weg hat, den, die Munition weg hat. Das könnte ich natürlich auch warten. Ja, müssen wir mal gucken hier. Du bist jetzt erstmal hier weg. Du bist weg hier. Dich kann ich noch nicht erwischen. Ja, man merkt schon, also sie hat schon ganz schön eine Angst vor meinen, äh, Luftmeisels. Habe ich echt, äh... Echt schon krass, wie, wie viel Angst sie vor diesen Luftmeisels hat. Das ist echt schon, finde ich, ganz schön krass hier, wie viel Angst sie vor meinen Luftmeisels hat. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Und es will hier einfach kein Ende nehmen hier. Es will einfach kein Ende hier nehmen. Aber ich denke mal, wenn das jetzt alles so passt, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich wahrscheinlich den Angriff wagen. Ähm... Walze. Also langsam aber sicher müssen wir in den Angriff gehen, weil so viel Zeit haben wir jetzt ja auch nicht... Na gut, was heißt Zeit? Mein, mein Techn, mein, äh, Kran geht eigentlich flöten, aber ansonsten ist es schon bei Tag 26. Ja, mal schauen. Und das Problem ist, wenn ich halt meine Co... Wenn ich dann sage, ich setze die Co-Gabe ein, dann, äh, ja. Was soll das? Okay. Wenn du meinst. Was auch immer das mal bringen soll, aber okay. Kling, 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 kling. Ja doch, ich würde es jetzt sagen. Wir gehen, äh, auf die Co-Gabe. Also... Hm... Ja. Vorwärts. Genauso ist das Stichwort. Radius von Landeinheiten mit direkter Angriff plus zwei. So, mal sehen. Mal sehen, wie wir das hier machen. So, jetzt zuerst einmal der K-Heli. Kommt weg. So, ich muss jetzt hier tatsächlich so ein bisschen Platz machen, damit meine Bomber da rankommen. Äh, dann nehme ich dich hier. Sehr schön. Das machen wir mit dir. Dann machen wir das so, genau. Dann können wir dich hier so besiegen. Okay, jetzt können... Oh, 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 oh. Oh, yeah. Dann machen wir das schon mal definitiv so. Ja, es ist doof, dass meine Bomber da nicht so weit kommen. Ähm, das ist das einzige Doofe vielleicht an dieser ganzen Sache hier, dass meine Bomber nicht so weit kommen. Nicht so weit fliegen können, aber... So, aber jetzt... Jetzt ist Schluss hier. Jetzt ist Schluss. Jetzt kommt der Sturmangriff. Vor allen Dingen, wie Sturm auch der andere da. Äh, hä? Jetzt machen wir so. Ach, zudem komme ich leider nicht. Schade. Schade, schade, schade. Schade. Jägerlein. Die alle da nicht hinkommen, ey. Kann doch nicht sein hier. Aber ich komme zu dir. Was ich aber lieber nicht tue. Was ich aber dann doch lieber nicht tue. Äh, 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 äh. Das tue ich aber doch lieber nicht. Was ich aber doch lieber nicht tue. Äh, 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 äh. Ich glaube, wir verstehen uns, dass ich das besser nicht tue. Äh, 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 äh. Da habe ich nicht so darauf geachtet, tatsächlich. Aber hier baue ich nochmal einen Luftmeisen. Ich habe noch weiteres Geld für einen Jäger. Aber ihr seht schon da, dass ich mit einem anderen Jäger da so gut wie gar keinen Schaden mache. Ich müsste mit mehreren angreifen, damit sich das lohnen würde. Aber ansonsten kommen wir jetzt mit unserer Gabe auf jeden Fall so ein bisschen hier schon mal hier uns bewegen. Ich denke mal, ich werde ein paar Einheiten jetzt noch verlieren. Aber, naja, gut. Ich muss jetzt mit ein paar Verlusten leben. Da kann ich leider jetzt ja auch nichts mehr dran machen. Okay, ja gut. Das war klar. Ich musste mich auf diesen, mit diesem Flak wehren. Gut, das zieht jetzt nicht so viel ab. Sechs ist okay. Ja gut, dann hast du die Walze nochmal zerstört. Du kannst dich ja glücklich schätzen. Das war noch nicht der, aber ich habe ja immer noch meine Luftmeise. Boah, wie er den da jetzt gesandwiched hat. Ah, verdammt. Aber wenigstens kann ich dich hier zerstören. Und den da hinten. Okay. Ich habe zwar noch nicht den hier, aber dann kann ich es zumindest so machen. Und die Bomber, die greife ich sowieso jetzt mit meinen Jägern an. Das sollte ja wohl klar sein hier. Die greife ich ja jetzt sowieso hier an. Irgend... Ja, mal gucken. Mal gucken. Da warte ich noch mit. Wobei, ich komme mit meinem Bomber auch dahin. Ja, dann machen wir das wahrscheinlich gleich so. Genau, dann greife ich dich hier an auf jeden Fall. Schade, das eine fällt. Warte mal, wie sieht es denn aus mit... Na ja, selbst mit Co-Gabe klappt das, also mit Co-Bereich klappt das noch nicht. Naja, was soll's. So, dich wollte ich hier noch zerstören. Dann, ähm... Weiter hier ankommen. Und besetzen, und besetzen, und besetzen. Ja, es sieht jetzt... So langsam sieht es gut aus, muss ich gestehen. So langsam sieht es gut aus. So langsam sieht es gut aus. So langsam sieht es sehr gut aus, ey. Wie sieht es mit dir aus? Äh, weniger gut. Wobei, dann bist du so weg. Äh, machen wir nochmal nicht. Wobei, dann wird der jetzt weg. Äh, 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 äh. Mit dem Bomber komme ich da jetzt nicht mehr hin, ne? Nee. Mit dem Bomber komme ich da jetzt leider nicht hin. Äh, 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 äh. Aber ich hab ja noch genug Jäger hier. Ich hab ja genug produziert. Hä? Ich hab ja noch genug Jäger hier produziert. Von daher... Hab ja noch genug Jägerchens hier produziert. Dann mach ich das wenigstens so. Ist das blöde, dreckige Luftmeisel weg. Und der Bomber ist auch weg. Und der nervige Bomber hier ist auch weg. Das ist sehr, sehr gut. Dass dieser unheimlich nervige, nervende Bomber weg ist. Weil der hat mich jetzt, also ziemlich auch genervt. Kö, kö, kö. Ich weiß, ich spreche schon wieder gutes Deutsch. Aber okay. Ich spreche schon wieder sehr gutes Deutsch. Aber okay. So. Ähm. Wir bauen nochmal ein, äh, ne Walze. Genau. Alter Schwede hier. Alter Schwede geht das hier ab. Alter Schwede. Aber gut. Wir sind sehr gut dran, tatsächlich. Denk mal, das kriegen wir später in den nächsten Part hin. Ja gut. Dann hast du halt den besiegt. Freut mich für dich. Ja gut. Sechs. Okay. Ja gut. Dass sie jetzt wahrscheinlich auf die Jäger gehen wird. Das ist mir klar. Aber. Du weißt wohl noch nicht, dass ich. Okay. Jetzt muss sie wahrscheinlich angreifen. Merkt sie hier. Aber sie hat ganz schön viele hier. Außer die Koding. Die zieht sie weg. Okay. Warum auch immer. So. Da gehe ich natürlich auf diese, diesen Pack. Einen anderen. Ah doch. Ich erreiche noch diese, diesen Flak. Okay. Okay. Ähm. Das ist gut. Weil sie merkt jetzt hier wahrscheinlich schon. So langsam, äh, bringe ich sie hier in eine Sackgasse rein. Weil Werflin geht ja hier schlecht. Hehehehe. Merflin geht ja hier nicht mehr. Irgendwann ist da ja auch mal Schluss mit Fliehen. Ach. Hier kann ich auch noch mal nutzen. Dann greife ich natürlich den hier an. Damit der weg ist. Hehehehe. Ist doch praktische Sache hier. Dann bist du auch weg. Ja. Einen überlebt er noch. Aber okay. Soll mich nicht. Soll mich ja auch nicht, ähm, ärgern. Soll mich ja auch nicht ärgern tatsächlich. Dann mache ich das nämlich so. Dann kann ich die zwei vereinigen. Genau. Dann greife ich, äh, ja. Machen wir das so. Oder nee. Wir machen das so. Genau. Ist das Ding weg? Dann bist du auch weg. Ja. Doch, doch, doch. Das kriegen wir hier noch hin. Das mache ich auch jetzt noch in diesem Part tatsächlich. Das machen wir noch in diesem Part. Ich, ich. Ich mache noch mal einen schönen langen Part hier hin. Wir machen das jetzt noch in diesem Part hier. Hat der da noch irgendeinen K-Heli? Ja, komm. Da habe ich keine Angst mehr vor. Da habe ich jetzt hier keine Angst mehr vor. Mein, meine Liebe. Meine Liebe. Wobei ich den Bomber hier nochmal wegpacke. Sicherheitshalber. Ich glaube, ich baue... Ach, ich wollte jetzt eigentlich keinen Bomber bauen. Ich wollte eigentlich einen Jäger bauen. Aber okay. Wir haben ja noch genug Luftmeißels. Von daher... Den wollte ich ja, glaube ich, nicht wegbewegen. Ja, wobei... Da kann er ja wenig machen. Wobei ich den besser nochmal hier hin... Dich da hinstelle und dich da hinstelle. Wenn er meinen Bomber angreift, dann... Der ist er dann besiegt. Aber das ist mir dann auch egal. Weil ich dann ja Luftmeißels habe. Und irgendwie muss ich sie ja dann locken. Irgendwann muss ich sie dann ja locken. Ja, also das werden wir gleich haben hier. Ach so, sie greift gar nicht mehr an. Gar nicht mehr an. Okay, dann... Ja, dann... Dann darfst du schon mal dein letztes Gebet sprechen, Larissa. Dann darfst du schon mal dein letztes Gebet sprechen. Dann darfst du... Balte deines Amtes so langsam aber sicher dein letztes Gebet sprechen. Aber man merkt schon hier. Also, das ist mal eine Mission, wo man richtig viele Luftmeißels braucht. Aber man hat ja gesehen hier, denke ich mal. Oder ihr habt bestimmt gesehen hier, wie stark diese... Einheit sein kann tatsächlich. Eine sehr starke Einheit auf jeden Fall. So, ähm... Nehmen wir auch einen. Nehmen wir auch einen. Nehmen wir auch einen. Gehen natürlich auf die Artillerie. Damit die keinen Blödsinn macht mehr. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier, würde ich sagen. Aber sie hat sich lang gewehrt, die Gute. Das muss man ihr lassen. Sie hat sich echt lang gewehrt. Hat sich echt hier lang gewehrt, die Gute. Hat sich echt lang gewehrt hier. Aber... Nicht lange genug. Nicht lange genug. Ich muss doch eigentlich nichts mehr bauen hier. Nö, ich muss nichts mehr bauen. Das haben wir hier gleich. Ui. Ui, jetzt wolltest du doch mal den Bomber besiegen. Ui, da habe ich aber jetzt große Angst vor. Da habe ich jetzt aber richtig große Angst vor. Weil eigentlich kannst du jetzt so langsam dein, äh... Dein Testament schreiben. Oder wie sagt man so schön hier? Ich endlich mal einen Flak hier habe. Hier. Schon viel früher haben wir machen sollen. So einen Flak auch dahin zu schicken. Das sollte dann jetzt... Joa, wesentlich besser klappen. Ich gucke noch mal kurz, dass ich gleich meinen, ähm... Schade. Machen wir das so. Dass ich da nämlich nochmal meine, äh... Kurve, meinen Dänen hier nochmal hinkriege. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Joa, ist okay. Und damit bist du auch weg. Gehen wir mal schnell auch auf den hier, damit der schon mal hier nichts machen kann. Und sich nicht in Co. wiederholen kann oder so. Da hätte ich nämlich gar keine Lust drauf. Da hätte ich nämlich ganz gut gar keine Lust drauf, muss ich gestehen. Wenn der sich da schon wieder in den Co. draufsetzt. Kann auch jetzt tatsächlich nur noch Flugeinheiten bauen. Kann auch nichts mehr anderes hier machen. Nur noch Flugeinheiten. Alter Schwede, ey. Also wie wir sie hier richtig, ähm... Richtig rangekriegt haben am Ende. Das ist krass. Das ist hier richtig krass. Natürlich könnt ihr euch auch vorstellen, dass ich jetzt gleich nur noch Flaks bauen werde. Und hier nochmal ein Jäger. Oder dass ich hier gleich nur noch Flaks bauen werde. Tja, schaffst du auch nicht, den zu besiegen. Ui. Das hat ja viel abgezogen. Geld hat sie auch nichts mehr. Ja, das dürfte es jetzt hier gegessen sein. Aber das war mal wieder ein ziemlich lustiger Kampf, auf jeden Fall. Das war es definitiv. Du lebst noch, dann bist du halt jetzt eben weg. Um mit einem Jäger das so zu machen. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber okay. So, und damit ein schönes Leben noch, Larissa. In dem Jenseits. Bum, 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 bum. Boah, Wahnsinn. Ich glaube, drei, vier Parts haben wir hier gebraucht. Das! Papa! Hast du versagt? Du unnützes Werkzeug. Mir bleibt nichts anderes als der Rückzug ins Eulennest. Sieg. Boah, dass er selbst jetzt Larissa sogar aufgibt. Boah. Bis auf den Temporang, der ganz schön schlecht ist. Na gut, das heißt ganz schön schlecht, aber war doch auch gar nicht so schlecht. Hätte ich gedacht, das wäre schlechter. Sind alle wohl auf? Boah, Wahnsinn. Das letzte Kapitel wartet dann auf uns. Sie hat alles verloren. 715.100 Schaden. Nicht wesentlich weniger. Alter Schwede. Krasse Sache. Was hast du? Ein Glück. Du bist also doch noch am Leben. Halte durch. Ruft jemand den Doktor. Schnell. Lass nur. Dafür ist es jetzt schon zu spät. Allein, dass du lebst, ist mir genug tun genug. Cyrus. Du kannst mit uns leben. Der Doktor kommt gleich. Also. Ed. Ich habe nur eine Bitte. Wenn es recht ist. Du bist mein Retter. Wenn ich etwas für dich tun kann. Bleib am Leben. Hä? Ich werde sterben. Das steht fest. Aber wenn du stirbst, war es sinnlos, dich zu retten. Ich will sicher sein können, dass das einen Sinn hatte. Besiegt Stolos. Damit alle in Frieden leben können. Das ist versprochen. Das ist versprochen. Dank. Im Norden ist Stolos Hauptquartier. Das Eulennest. Hauptlabor von IDS. Daran befindet sich auch die Medizin gegen diese Krankheit. Dann können alle. Halte durch. Mein Leben war nicht sinnlos. Das allein. Das ist versprochen. Das ist versprochen. Cyrus. Ich werde leben. Co. Jetzt benutzt bei Larissa. Genau. Und damit merkt ihr es schon. Im nächsten Kapitel geht es auf. Warum man im Übrigen da das nicht gesehen hat. Aber okay. Zum großen Finale. Weil ihr seht ja auch schon. Jetzt können wir nirgendwo mehr hingehen. Tatsächlich hier. Das wird das letzte sein. Hier tatsächlich das letzte Kapitel. Und das wird auf jeden Fall ziemlich krass werden. Kann ich euch noch sagen. Aber. Es wird leichter sein. Tatsächlich. Als das letzte Kapitel. Warum das so ist. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen. Das wird tatsächlich nur ein Part sein. Also ich könnte mir nicht vorstellen. Dass wir das länger als ein Part durchziehen müssen. Weil das Kapitel. So komisch wie es klingt. Aber es ist tatsächlich leichter als das letzte Kapitel. Aber okay. Wieso, weshalb und warum. Im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und schön noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake.